So, hier sind wir jetzt bei Part 18, ja? So? Ne, ab geht's ja runter, hm? So, was kann man denn hier so aus Dreck reinbauen? Ich hab da jetzt schon so eine Idee, ne? Ja, äh. Ein zu weit gebaut. So, eins, zwei, drei, vier... Äh? Okay, verzehrt, scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das muss ich eigentlich... Eins, zwei, drei, vier, ja, okay. Eins, zwei, drei, vier, ja, eins, zwei, drei, vier, ja, okay, die habe ich nicht. Nun, scheiße gesetzt. Natürlich haben wir noch Erde dabei. So, dann kommt hier in jedes Ding eine erbärmliche Fackel. So, muss ja nicht so toll aussehen, soll ja nur so ein kleines Armendorf während dem Dorf für Arme. So, dann könnte man... Ja, nein, zu weit, natürlich. Hier nicht immer in der Mitte, sondern außen. Dass die dann einfach hier nur... Dass wir hier machen, einfach nur so ein paar Räume. Sozusagen. Wir haben nicht die Materialien wie Kronk. Tja. So ist das. Müsst ihr noch ein bisschen warten. Also noch nicht im Part 18. Wir sind noch nicht bei Part 1000 und... Was ist denn das heute? 16? Ich weiß es nicht. Ui. Toll. Toll. So, nächstes Dickfockeln. Und jetzt könnte man hier noch so eine kleine Verbindung um sie bauen. Wie das das denn insgesamt so einen Eingang hat. Dann machen wir rechts neben hier der Tür einfach eine Fackel. Hier eine, da eine. So, dann hat das gesamte Ding einen Eingang. Das hier entwickelt sich gerade ziemlich schnell. Unser ganzes kleines Dörfchen hier. Wir können den hier auch noch, damit die ein bisschen Privatsphäre haben, um die Ecke verlegen. So. Und dann können wir es von mir aus auch noch bis hier machen und dann hier so. Und dann können wir es von mir aus. So, dann hole ich mal Schilder, wer wo ist. Sozusagen. Dann nehme ich auch gleich noch ein Stick Erde mit. So, dann muss ich mal überlegen. Ich glaube, ich habe drei Abonnenten. Ja. Der eine ist BT, das andere ist... Den sage ich nicht, das ist der echte Name. Und... Wer ist das denn noch? Wer war denn das, verdammte Scheiße? Wer war denn das nochmal? Einen Abonnenten hatte ich noch. Hatte ich nicht drei Abonnenten irgendwie? Hm, naja, okay, weiß ich jetzt nicht. So genau, bevor ich jetzt hier irgendwie irgendwelche Scheiße erzähle. Nee, Schild machte man doch nur aus Stickys. So war das doch. Irgendwie so. Nee. Nee, Sticks brauche ich ja noch. Und jetzt irgendwie noch so ein Holz da hin irgendwie. So, ich habe keine Ahnung. Kennt ihr ja. Hm, ja, so. Ach, das gibt drei. Ich brauche aber vier. Ja, okay, dann haben wir wieder Schilder. Und weiter geht's. Oh, wir laufen. Oh, wir... ...gehen gerade ganz hart auf Part 19 zu. Oh, und das gefällt mir nicht so richtig dann. Weil dann muss ich jetzt mit Aufnehmen aufhören, um mir was für Part 20 zu überlegen. Oh, ich überlege mir eigentlich. Kann ich mir noch gar nichts überlegen. Amen. Dorf. Amedorf. Amen. Dorf. Ja, dann setzen wir mal in Klammer. A-B-O-N-T-E-N-T-E-N-T-E-N. Jo, irgendwas muss man doch machen, oder? Ja, ja, ähm, jetzt muss ich da irgendwie... Ja, jetzt muss ich... Quatsch jetzt einfach und gucke ich auf der Tastatur. Hier gab's ja Pfeile da, irgendwie. Ging das so? Ja, ähm, hallo? Ja, das heißt mir jetzt auch nichts. Hier ging das nicht irgendwie? Nein, das ging anscheinend so nicht. Nicht, ne? Nicht. Nicht. So geht das aber. Und das schönste Zimmer, wo keiner dran vorbei geht...